Hallo liebe Gabriele. Willkommen Näh-WG Tag 1. Ich habe ein paar Fragen. Was hast du heute gemacht? Ich habe heute das erste T-Shirt fertig genäht. Auf Svenja Sippin habe ich noch eine rote Paspel mit eingearbeitet, die ja eigentlich nicht geplant war, aber es sieht, finde ich, ganz toll aus. Ich liebe diesen Stil. Und ganz zum Schluss, jetzt habe ich noch ein Label aufgenäht und jetzt sieht es wirklich perfekt und fertig aus. Sehr gut. Das sind diese Streifen, die du da genäht hast. Genau, Streifen und Uni zusammen kombiniert. Super Kombination. Das hat sogar Anna auch T-Shirt genäht. Super, ich habe das wissen, toll. Welches Projekt arbeitest du gerade? Ja, ich bereite jetzt eine Bolero Jacke vor für das Jeanskleid, was ich noch nähen möchte. Es ist eine wirklich kurze Jacke, die hier vorne spitz zuläuft und dann gebunden wird. Super. Was war Aha-Moment für dich? Mein Aha-Moment? Ich habe an meinem V-Ausschnitt, an dem T-Shirt gefrickelt und ich hatte ja immer gedacht, ich kann mir schnell nebenbei Kerstens Videos angucken, aber wir haben ja jetzt kein Internet hier am Tag, während die Kamera laufen, deswegen konnte ich das nicht. Ich habe es zweimal selber probiert, hat nicht geklappt und dann habe ich Kerstens gefragt und dann hat es natürlich sofort geklappt. Was war heute der schlimmste Moment für dich? Ja, das war das, was das mit dem Vorausschnitt nicht klappen wollte. Da war ich erst mal frustriert. Morgen will Kerstin auch einmal zeigen, wie das geht. Genau, ich wollte heute diesen überlappenden haben und da habe es im Kopf nicht zusammengekriegt, wie rum ich was denn dann legen muss. Ja, aber am Ende der Tage hat geklappt? Ja, hat geklappt. Gerstin Busse, hat sofort erklärt und dann war es gut. Super. Was hast du für morgen geplant? Ja, das Polyprojekt weiter, also morgen zuschneiden, vielleicht auch noch nähen und wenn am Ende des Tages noch Zeit ist, werde ich schon mal das Schnittmuster fürs Kleid machen. Super, ich danke dir und wir sehen uns morgen. Vielen Dank. Okay, schönen Abend noch. Tschüss. Meist auch. Tschüss.